ich bin wieder an meiner kopf so schauen wir mal verteidigung machen sie aber runter haben aber offensiv ganze sechs punkte mehr ich müsste mich um meine viechter kümmern lente stimmt ja kaum der wünsche ach so das ist hier sauber sprüche okay ich stehe ihn jetzt erst mal mehr erwerben sehen wie weit man noch kommt inventory ja 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 und sammlungen ja ich hätte ja auf uns 1 gefunden erheblich erhöhte führer der alten magie anzeige uuuh wäre natürlich total cool ok gut 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 fast so sitz wie liegt die alle hier draußen So, nutze Rowans Karte Vom Lager quer zum Fluss hier hinter Hier ist das Lager, ne? Ja, wer Los In welche Richtung? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es in die Richtung geht Die andere Richtung wäre näher zu Hogwarts Alles andere könnte ich mir nicht vorstellen Halt, falsche Richtung Tja Natürlich sowas, was ich leiten kann Geografie habe ich ganz schlecht abgeschnitten Ist er oben noch was? Reveilio Na, wüsste ich auch irgendwie nicht Alles klar, sowas du nicht lassen kannst Eine Felsformation Das ist das erste Symbol auf der Karte Weiter zum Krumm Okay Na, wenn du das so Laufen wir weiter Reicht zwar nicht, für was ich alle Mondsteine brauche Aber ich nehme alles mit Weiter geht's zum Krummbaum Ein krummer Baum Wie auf der Karte Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein Ja, wir gucken Reveilio Es ist so dunkel Können wir mal nachts hier rumrennen? Ah, bisch! Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Reveglio. Ist klar? Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich entgeben müssen. Fischer! Was haben wir denn hier? Das sind ganz schön viele. Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Ich weiß aber nicht genau, wie wir das anstellen wollen. Der bewegt sich ja keinen Zentimeter. Das ist ja lustig. Es gibt nur den einen Eingang. Es gibt nur einen Eingang. Es gibt nur einen Eingang. Es gibt nur einen Eingang. außen vielleicht habe ich weiter oben in der burg mehr glück anderen seite ja dazu müssten wir aber erst mal hochkommen hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen was revilio ich habe einen und 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 Ich muss ja da ran. Sie ja rund rumlaufen um dir. Eigentlich ja. Komm ich nicht rein. Oh. Okay. Was? Was ist das hier? Okay. Ich muss ja einen Grund haben, warum das hier ist. Ah. Okay. Ich muss ja drauf auf dem Ber used. Ich kann ihn um Lvivie ausa. Das war's für heute. Jetzt gar nicht mehr. Nein, hör doch auf damit. Warum machst denn du das? Den Cardi, Oliviosa. Na. Scheißdreck. Von Gründe, warum das dort ist. Der ist gedacht, um da hochzukommen. Der ist der Tomo. Der ist der Tomo, Oliviosa. Ah. Ey, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber das Ding muss ja irgendeinen Grund haben. Ich will nicht kämpfen. Und er hat gesagt, er soll sich nicht alleine hier reinwagen. Fällt mir ganz und gar nicht. Ja, mir auch nicht. Das geht nicht. Bevieh. Kommt der jetzt her, oder kommt der jetzt nicht her? Ja, okay. Hähähähähäh! Huhuhuhuhuhu! Es ist einfach, Peter, wie gut tut Valos? In Aspekt! Reveilio Alter Ich bin zwar verwirrt, aber irgendwie kriege ich das schon hin Schmeißen Hey Könnte ich mit alter Magie wegmachen Hey, still jetzt Du siehst mich nicht Da unten Wer ist da dran? Kleine Und alle Die Stufen Zuhause Reveilio Eine Leiter Die brauche ich Die 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 Der Bis zum nächsten Mal.